Das sind Anna und Justin. Die wollen in Dubai Urlaub machen und Informationen über die Sehenswürdigkeiten einholen. Sie sind fast in Dubai gelandet. Gleich nach der Landung sind sie zum Hotel gefahren und haben eingecheckt. Komm, wir gehen in die Stadt und gucken uns eine Sehenswürdigkeit an. Okay, lass uns mal zum Burj Khalifa gehen. Anna und Justin sind zum Burj Khalifa und wussten nicht, wo es reingeht. Die beiden trafen eine Reiseleiterin namens Kathi. Guten Tag, können Sie uns bitte durch den Burj Khalifa führen? Na, dann kommen Sie mal mit. Kathi führte die beiden durch den Turm und gab viele interessante Infos. Also, die Höhe dieses Turmes beträgt 828 Meter und es geht 160 Stockwerke steil nach oben. Als Anna und Justin fertig waren mit der Besichtigung, gingen sie wieder zum Hotel zurück und es wurde Nacht. Dubai hat eine Fläche von ca. 4000 Quadratkilometer und hat 3 Millionen Einwohner. Kuhl. 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 Vielen Dank.